Hallo, mein Name ist Nicole Susann Ranke und ich bin Life Coach. Seit 1989 unterstütze ich Menschen auf ihrem Lebensweg. Ich bin mit einer hoch empathischen und sehr analytischen einfühlsamen Gabe geboren worden und konnte schon als Kind Menschen in ihrem Wesen und in ihrer Persönlichkeit erkennen. Ich habe die komplexen Muster, Glaubensmuster, Strukturen gesehen und konnte diese noch nicht zuordnen. Im Laufe der Jahrzehnte habe ich mir immer mehr Wissen angesammelt über Psychologie, Philosophie, vor allen Dingen Tiefenpsychologie, aber auch Traumatherapie, also warum gewisse Musterstrukturen eben zustande gekommen sind nach einem Traumafall zum Beispiel. Weiterhin habe ich mich mit Medizin beschäftigt, Ernährung und so weiter. Also mein Wissen ist mittlerweile sehr komplex, auch was die Naturheilkunde betrifft, wobei ich als Coach arbeite, das möchte ich betone, ich bin keine Therapeutin, aber ich bilde seit 2005 aus. Das heißt, zu mir kommen auch Menschen, die selber im therapeutischen Bereich helfend und unterstützend arbeiten, um sich von mir wiederum darin ausbilden zu lassen, solche Muster und das Mindset eines Menschen immer besser zu erkennen, Blockaden aufzufinden, die da eben so von Natur aus ja nicht unbedingt hingehören und den Weg unterstützend zu gehen, diese zu lösen, also zu erkennen, zu reflektieren und aufzulösen. Darin habe ich mich ständig und immer weitergebildet. Ich habe sehr viele eigene Techniken entwickelt, die ich kombiniere mit anderen Techniken wie innere Anteilsarbeit, Schattenreflexionsarbeit und eigene Techniken, wie zum Beispiel die Gefühlsklärungsarbeit und Glaubenssatzauflösungen, auch aus verschiedenen Bereichen, um eben dem Menschen zu helfen, sich zu erkennen, sich anzunehmen, zu lernen, sich selber zu lieben, seiner selbst bewusst zu werden und diese Strukturen und Muster zu überwinden. Ja, schau dich einfach mal auf meiner Seite um. Vielleicht möchtest du gerne eine Beratung, dann kannst du dich auch gerne direkt an mich wenden für ein kostenloses erstes Infogespräch, dass wir einfach mal schauen, wie fühlt sich das zwischen uns an, passt das oder kann ich dir vielleicht gar nicht helfen. Das würde ich dir dann am Telefon auch direkt sagen, weil sonst bringt uns beiden das ja nichts. Ich möchte dann tatsächlich auch gerne helfen können. Oder möchtest du einfach ein bisschen Informationsmaterial? Ich lade immer wieder auch mal ein paar kostenlose Sachen hoch, dann trage dich in meinen Newsletter und ich schicke dir hier und da ein paar kostenlose Auszüge, Angebote. Wenn du Lust hast, vielleicht zum späteren Zeitpunkt mal ein Buch von mir zu kaufen oder eben ein Webinar mitzumachen oder ein Seminar, dann informiere ich dich darüber. Möchtest du einfach nur ein bisschen schauen, um mich mal kennenzulernen, dann schau dich einfach um. Ich habe auch ein Buch herausgebracht, was bald bei Amazon erhältlich sein wird, unter dem Namen Selbstliebe leicht gemacht. Bisher ist noch der Leitfaden dazu zu bekommen. Den findest du unter der Rubrik Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis. Und wenn du Fragen hast oder auch Anregungen, worüber ich vielleicht mal berichten könnte, dann kannst du mir auch gerne entweder eine Nachricht schreiben, du kannst mir per YouTube folgen, per Instagram, per Facebook und da meine Kanäle abonnieren und ständig auf dem Laufenden bleiben. Ob so oder so, freue ich mich, dich kennenzulernen und vielleicht von dir mal zu lesen oder zu hören und wünsche dir jetzt erstmal viel Freude hier. Also, vielleicht bis bald, deine Nicole.